Zufallsfund bei den Polizeitauchern in Thurgau. Bei einer Übung im Jachthafen Kreuzlingen finden sie einen Fisch. Er hat den Winter nicht so gut vertreibt, ist dafür frisch tiefgekühlt. Bei der Kantonspolizei Thurgau geht man von einer natürlichen Todesursache aus. Darum sind Spezialisten vom Kriminaltechnischen Dienst nicht aufgeboten worden. Der Fisch war wahrscheinlich schon tot, als er eingefroren ist. Also kein besonders gute Nacht. Darum hat die Polizei den Eisblock mitsamt dem Fisch am Schluss wieder im Bodensee versorgt.